Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Build Battle. Mit dabei ist diesmal der Dagi Bee, der Let's Build Hogwarts. Hallo zusammen. Ja. Die Dagi Bee in männlich. Hab ich das gesagt? Was? Das ist aber ein Gerücht. Was? Guckt nicht überhaupt. Sag mir das mal. Ja, du bist jetzt da, wo du bist. Ich sehe hier irgendeinen... Ach, ich soll... Ah, der sagt mir schon nichts mehr. Du sollst einen Truck bauen. Okay, ja gut, dann fangen wir mal an. Ja. Hör mal. Hab ich das hingekriegt? Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich glaub nicht, wie gut ich bin. Oh, scheiß. Was baue ich denn für einen Truck? Warte. Ja. Kommt hier der... Ich will jetzt... ...les Bilder hervor. Ich bin so schlecht. Ja, er macht ja so Let's Build und ich bin so schlecht. Ich baue jetzt erstmal die Straße. Ja, eigentlich hättest du das gar nicht sagen können, ne? Bevor ich einen Truck baue. Natürlich darf ich das sagen. Ja, aber jetzt setzen die Leute vielleicht irgendwelche Erwartungen in mich, dass ich hier irgendwas Krasses hinbaue. Achso. Achso, das... Ja, er macht ja so Hogwarts-Bauter. Jetzt ist so ein Truck natürlich für ihn so eine Kleinigkeit, beziehungsweise vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Kann er so einen Pegasus vorbauen, dann klappt das schon. Oh mein Gott. Ich versuch hier mein Bestes. Ich werd mich gleich hier so blamieren, glaub ich. Ja, wahrscheinlich so das nächste Thema so, ja, bauen Sie bitte Hogwarts und dann... Ja, so, ja, komm, easy. Kein Thema, kein Thema, sofort. Kein Thema, macht er seit anderthalb Jahren. Ich denk mir so, Alter. Ich bin nämlich sauschlecht im Bau, vor allem er sagt so, ey, hast du... Er hat mich so angeschrieben so, hast du Bock hier mal bei mir mitzubauen? Ich denk mir so, haha, weißt du wie schlecht ich baue? Nach der Folge wird das wissen. So, ich hab die Straße. Wow. Okay, das ist schon mal gut. Wow. Ich bin gerade dabei, irgendwas zu bauen, was irgendwie komisch aussieht. Frag mich nicht was. Ich weiß nicht, wie sieht so ein scheiß Truck aus. Ich bin so schlecht. Räder, Räder, Räder. Wir haben nur drei Minuten. Nein, das kann ich nicht. Das sehe ich nicht ein. Halt, stopp. Ich baue hier den Coca-Cola-Truck, glaube ich. Moment, das kann was werden. Wieso baue ich den Coca-... Wie heißt das, 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 dieses Metallteil? Ähm, oh Gott, bitte, Zeit vergehe nicht so schnell. Ich bin total überfordert, ne? Wie heißen das? Metallteil? Gitter, 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 Gitter. Gib mir ein Gitter. Dankeschön. Oh, ich bin so überfordert, ich krieg das nicht hin. Oh mein Gott. Okay, ich krieg das nicht hin, ich schwörde, ich krieg das nicht hin. Ich sehe auch nur, äh... Wenn ich... Probleme hier. Wenn ich Glück habe, kriege ich einen Reifen hin. Das ist so alles, was ich hinkriege. Ich schwörde, mehr kriege ich nicht hin. Ist gar kein Thema, weil bei mir sieht es auch nicht sonderlich besser aus. Ich für... Ja. Ich für... Wahnsinn, was ist das? Ja, Leute, das ist mein Reifen. Was mache ich hier? Ich schwörde, ich weiß es nicht. Ich schwörde, ich bin so schlecht. Ja gut, aber das ist auch ein Scheißteil, ne? Also so ein Truck. Ja, so richtig schmieriger Scheiße. Ich muss ja sagen, wir haben jetzt noch ein Part für ihn aufgenommen. Also wenn ihr noch nicht genug von unserer Scheiße habt, dann könnt ihr danach auf jeden Fall da nochmal vorbeischauen. Als ob jemand so lebensmüde ist oder was macht. Und ich... Oh mein Gott. Nein, zwei Minuten. Fick dich. Nein, bitte, 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 bitte. Ein bisschen Zeit. Gib mir nur Zeit. Ich brauche nur Zeit. Ich glaube trotzdem, deiner wird besser aussehen als meiner. Ich habe keine Zeit. Oh mein Gott, ich kriege es nicht hin. Eine Minute 45, Anni. Eine Minute 45. Los, gib Gas. Ich kriege es nicht hin. Komm, ich glaube an dich. Nein. Nein. Ich habe zu wenig Zeit. Es ist kein Schwark. Das ist kein Schwark. Das ist gar nichts. Das ist kacke. Oh Mann, ich... Oh mein Gott, es ist nicht mal kacke. Es ist einfach nur... Nein. Das ist kein Auto. Ich habe zu groß gedacht. Oh mein Gott, ich habe nur noch eine Minute Zeit. Oh bitte, nein. Kriege ich Pluspunkte für die Straße? Ich habe eine Straße gebaut. Komm. Das muss Pluspunkte geben. Ja, das ist echt... Keine schlechte Idee. Ich kriege hier... Warte. So, komm, ich habe jetzt... Ich will Pluspunkte. Ich habe eine Straße. Eine Minute, ja nie. Oh Leute, nein, ich habe eine Straße. Ich habe eine Straße. Ich will Pluspunkte. Das ist so peinlich, ne? Nein, bitte. Das ist das Peinlichste, was ich je gebaut habe. Und ich habe schon viel Scheiße gebaut. Nein, es hat nicht mal zwei Reifen. Ich kriege das nicht hinein. Ey Leute, mein Kommentar ist gerade das Beste. Ich bin gerade so in Panik. So, hier ein Dorfbewohner, der fährt wenigstens. Ich brauche einen zweiten Reifen. Ich brauche Reifen. Bitte. Leute, es kann doch nicht vorbei sein. Ich brauche Reifen. Wie hast du... Nein, 30 Sekunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht mehr aus wie ein Bus als alles andere. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist... Ich weiß es nicht. Ich habe nichts. Oh nein, wie viel Zeit haben wir noch? Zu wenig. Definitiv zu wenig. 18 Sekunden. Nein, 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 nein. Fick dich. Nein, bitte. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Nein, bitte. 10 Sekunden. Nein, bitte. Ich habe den Reifen nicht. 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 6, 5, 4, 3. Das Beste ist, wenn du dich blamierst, ist es okay. Okay, ich habe die Felgen nicht. Bei mir ist es die Größe, ich halte mich eigentlich damit auszeichnen. Okay. Was ist denn das? Das ist aber... Ähm. Was ist das? Das ist für mich kein Schwack. Von vorn ein bisschen. Ich sage, es ist okay. Ich sage, es ist Pup. Es ist okay. Was ist das? Das ist Pup. Das ist super Pup. Das ist Tierverfehlt. Mega, mega Pup. Was steht da bitte? Das ist ein Penis. Der hat Penis hingeschrieben und einen Penis eingeritzt. Das ist super Pup. Oh, das ist der da hin. Der Coca-Cola. Der ist eigentlich richtig gut geworden. Guck dir das Teil doch mal an. Ne, der ist... Ich finde den gut. Ich habe jetzt ein Epic gegeben. Ich finde den gut. Danke, danke. Du wirst über meinen lachen. Du wirst über meinen lachen. Oh, das ist auch ein Coca-Cola-Chuck. Der ist echt gut. Der kriegt auch ein Epic. Ja, von mir kriegt der... Warum könnt ihr das alle? Ne, Epic. Ich finde das schon geil. Warum könnt ihr das alle? Wenn du ein Epic krieg, dann will ich deins mal sehen. Was... Was ist das? Das ist eine grüne Toilette. Das ist Pup. Ich meine, meins ist nicht besser, aber das ist Pup. Ich würde auch sagen Pup. Okay, dann sind wir uns einig. Oh. Oh, Effekte wollte ich auch reinholen. Ich hatte aber keine Zeit. Also sage ich, das ist okay. Ja, okay ist gut. Ich hatte keine Zeit für Effekte. Die wollte ich auch benutzen. Oh, du wirst aber mal gleich lachen. Was ist das denn? Das ist hässlich. Das ist nicht Pup. Ich will auch... Das... Ernestin möchte auch noch ein Super Pup geben, aber... Ja gut, er hat zumindest... Dann habe ich das eine schon. Ja, das mache ich nur mit Thema Papier. Was ist das denn? Guck mal, da ist ein Filet da drin. Das kriegt ein Legendary. Was ist das? Das ist echt gut. Das kriegt von mir ein Epic. Nein, das kriegt... Also im Verhältnis ist es Epic, finde ich. Was ist das? Ja, im Verhältnis zu meines ist alles Epic. Das ist... Okay. Das ist halt auch nicht fertig geworden. Das kann man halt verstehen. Ich bin auch nicht fertig geworden. Habe ich auch ein Okay gegeben. Und das ist... Ja, das ist Pup. Okay, man wird nicht fertig... Aber das hat ein Gesicht irgendwie. Guck mal, Nase. Was? Wir grinsen. Was ist das denn? Was steht da? Kawaii Truck. Das ist... Nein, das ist kein Kawaii Truck. Das ist ein Pup. Richtiger Pup. Ein Pup Truck. Ein Party Puper. Kawaii. Oh, was ist das? Das ist... Das hat auch eine Straße. Man hat auch eine Straße gebaut. Oh, was ist das, was mir gerade auffällt? Was? Mein Schwagpferd mitten auf der Straße. Lol. Was? Er hat gewonnen? Ernsthaft? Ich bin dritter. Du bist dritter. Ich bin fünfter. Ich bin fünfter. Leute, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall noch gucken. Der Dagget auf seinen Kanal auch eins hochgeladen. Das nehmen wir jetzt im Anschluss auf. Aber schaut auf jeden Fall da vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.